High school, high school, high school, high school, low school, high 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 school. China sind wir schon drei Jahre im Verein zu Ende. Was war der Grund, weshalb wir den Verein verlassen? Ja, ich will einfach in die Heimat. Ich habe mich hier super wohl gefühlt, das wissen alle. Ich möchte mich bedanken bei allen Fans, bei allen Verantwortlichen. Ich hatte drei echt schöne Jahre und für mich geht es jetzt nur darum, nach Hause zu gehen. Und deswegen ist der Schritt jetzt so, wie er ist. Aber ich glaube, wir gehen ja alle im Guten auseinander. Zum Abschluss gab es ein 2 zu 0 gegen Astoria Waldorf. Können Sie ein kurzes Saison-Fazit ziehen? Ja, das habe ich gerade eben schon gesagt. Am Ende sind wir nicht abgestiegen. Das ist das Einzige, was zählt. Wir haben hier einen guten Abschluss mit dem 2 zu 0 gemacht. Und für uns ging es von Anfang an darum, dass wir die Klasse halten. Das haben wir geschafft und wir sind jetzt zufrieden damit. Und wohin geht die Reise von Gino Windmüller? Weiß ich noch nicht. Danke. Gerne. Wir sehen uns noch nicht. Wir sehen uns die Karriere Daseinstell. Wir musicians es noch nicht. Wir sehen uns da. Wir sehen uns die Karriere Daseinstell. Wir sehen uns баг Arzt. awhilese % 4 feinen. Wir sehen uns, denen wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns mal, dann noch mal gerne.